Lange müssen die Bayer 04-Fans nicht mehr auf seine Spielkunst verzichten. Renato Augusto steht nach einer dreimonatigen Leidenszeit vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Nach einer Knieoperation in Brasilien und dem Aufbautraining in Leverkusen bestreitet Renato derzeit gemeinsam mit Konditionstrainer Dr. Holger Bräuch Einheiten auf dem hochmodernen Speedcourt, Schnelligkeitstraining, um die fehlenden Prozente aufzuholen. Ich habe in der letzten Zeit viel Krafttraining und Übungen für die Schnelligkeit absolviert. Ich trainiere jeden Tag sehr hart und ich merke, wie das tägliche Training mir gut tut und ich mich jeden Tag besser fühle. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder spielen kann. Der 23-jährige Brasilianer hatte nur sieben Partien in dieser Spielzeit für die Werkself bestritten, ehe ihn eine Knieverletzung zurückwarf. Keine schöne Zeit für einen wie Renato, der Fußball liebt und so viele Spiele in der Bundesliga und der Champions League verpasste. Es war sehr schwierig für mich, eine so lange Zeit nicht das tun zu können, was ich so gerne mache. Da waren dann meine Familie und meine Freunde in Brasilien eine große Hilfe. Aber jetzt, wo ich bald wieder mit der Mannschaft trainieren kann, schaue ich nur noch nach vorne und freue mich einfach auf die nächsten Wochen. Nun kann der sympathische Brasilianer bald wieder seiner Leidenschaft nachgehen und mit dem Bayer 04 Team trainieren. Es geht mir sehr gut, ich fühle mich immer besser. Die Reha in Leverkusen hat mir sehr gut getan und ich hoffe, so schnell wie möglich wieder fit zu sein für die nächsten Spiele. Und wenn ich dann wieder auf dem Platz stehe, will ich natürlich gute Leistungen zeigen und hoffe, der Mannschaft helfen zu können. Einsätze in der nahen Zukunft nicht ausgeschlossen, weil die Arbeit planmäßig verläuft. Das Knie reagiert in keinster Form. Also das sieht alles sehr positiv aus. Insgesamt müssen wir natürlich gucken, dass wir im physischen Bereich noch einiges nachholen. Der Renato war insgesamt drei Monate verletzt und ist auf einem sehr guten Weg. Und das Ziel ist es, dass er komplett nächste Woche Montag ins Mannschaftsrenning komplett einsteigt. Herangetastet hatte sich Renato schon einmal im Kleinfeldspiel, bevor es dann bald auf dem großen Platz wieder für ihn losgeht. Mit seiner Kreativität und seinem Spielwitz will er dann seinen Teil zu einer erfolgreichen Leverkusener Rückrunde beitragen. Es ist gut, wieder mit dem Ball zu trainieren und jetzt auch schon ein wenig mit der Mannschaft. Das ist für mich ganz wichtig. Ich liebe den Fußball und ich möchte in der Zukunft gut spielen, hundertprozentig fit werden, Tore schießen und verletzungsfrei bleiben. Renato Augusto ist also bald wieder da. Ein Ballkünstler, der dank vieler helfender Hände nun in Kürze wieder seiner großen Liebe Fußball nachgehen kann. Das fängt oben in der Rehe an mit dem Carsten Rademacher, dann über den Daniel, der ihn hier intensiv betreut hat in der Zeit, wo wir halt im Trainingslager in Portugal waren. Und wir haben natürlich hier in der Kombination jetzt mit dem Trainingszentrum oben, mit der Kältekammer, die der Renato dann auch täglich nutzen musste, auch als Brasilianer, was ihm nicht ganz so einfach fiel, war das Paket insgesamt hier besser. Und in der Zeit haben die sehr, sehr gut gearbeitet. Auch die Physiotherapie, der Hansjörg Schneider hat ihn regelmäßig therapiert. Das lief alles sehr gut, Kompliment an das ganze Team. Und ja, für uns jetzt ein Stück weit dann überraschend, dass er dann doch schon diesen großen Schritt hatte. Nach dem Trainingslager und jetzt geht es einfach noch an diesen Feinschliff, jetzt nochmal an der Physis zwei Wochen intensiv zu arbeiten. Und diese zwei Wochen enden dann nächste Woche Montag, sodass wir ihn am Montag dann auch wieder im Training sehen werden.